Hallo, alle diese Zeichnungen, die ich hier an der Wand habe, sind gezeichnet von mir nach Originalmotiven von Keramikvasen. Mit Ausnahme von einer einzigen und das ist diese Zeichnung. Diese stammt von einem kleinen Altar, das heißt, diese Figuren sind gemeißelt an der Seite von einem kleinen Altar. Obendrauf gibt es noch eine Inschrift und diese Inschrift von diesem kleinen Trommelaltar von Retaltecan in Guatemala lässt uns vermuten, dass die Maya das tropische Jahr gekannt haben. Ja, und warum? Das werde ich erklären in einem Kurs zum Thema das tropische Jahr in der Maya-Welt. Dieser Kurs hat unabhängige Lektionen, also diese Lektion wird sein zu diesem Trommelaltar von Retaltecan. Das ist übrigens der König Schild Jaguar von Yaschilam. Das ist übrigens der König Schilder. Ich bin auf der Kurschilam. Der König Schilder. Ich bin auf der Kurschilam. Die König Schilder. Ich bin auf der Kurschilam. Musik Musik